Dieser Renault Katja steht hier zum Verkauf. 5 Personen haben in diesem großen weißen, 5 Thüringen, SUV Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 10.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2016. Der SUV besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Tagfahrlicht, Einparkhilfe, Partygefilter, Nebelscheinwerfer und noch vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 131 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des sparsamen Diesel bei 4,9 Litern. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017